Hallo zusammen, ich bin Mihajlo und bin im dritten Lehrjahr als Automatiker. Ich bin Marlin und bin im ersten Lehrjahr. Und heute zeigen wir euch, was wir so machen. Hier bei der GIMI machst du praktisch alles. Unter anderem pneumatische, mechanische und elektrische Sachen. Wir werden hier auch Schaltschränke verdrahten, löten oder auch programmieren. Ich bin der Justy auf die Lehrjahr. Da habe ich ein bisschen registriert und mir hat gefallen, was sie hier machen. Hier bei der GIMI machen sie Kunststoffventile. Das ist ein bisschen speziell und kommt eigentlich nicht so oft vor. Wir lernen die bei der GIMI, verstehen die super. Voraussetzungen für den Beruf sind vor allem, dass man Freude an der Technik hat. Gut in Mathe und Physik ist. Ein gutes, räumliches Vorstellungsvermögen hat. Und gerne im Team zusammen arbeitet. Ich habe mich für den Lehrberuf entschieden, weil ich den ganzen Tag immer am Computer sitzen wollte. Und ich hatte erst vor immer gerne Elektrotechnik. Das war's. Ich hoffe es hat auch gefallen. Und falls ihr Interesse habt, dann bewerben sich doch bei uns. Musik StGAN Dein